Familientag bei der niederländischen Nationalmannschaft. Einen Tag nach dem Viertelfinaleinzug gegen Mexiko war die Stimmung bei der Elftal ausgelassen. So sehr, dass die Spieler schon vom Titel träumen. Wir haben die Möglichkeit. Wir sind jetzt unter den letzten acht. Ich denke, wir spielen gut und sind sehr selbstlos. Vor allem Arjen Robben hat dazu allen Grund. Der Bayernstar stand gegen Mexiko wieder einmal im Mittelpunkt. In der Nachspielzeit holte er den entscheidenden Strafschuss heraus. Der 30-Jährige befindet sich in der Form seines Lebens, sucht dafür allerdings selbst noch nach einer Erklärung. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt über eine längere Zeit fit bleibe, bei 100 Prozent. Jetzt kann ich diese Form auch bei der WM halten und das freut mich. Mein Spiel macht mir Spaß. Spaß. Den scheinen so ziemlich alle Akteure im niederländischen Kader zu haben. Am Samstag trifft Oranje im Viertelfinal auf Überraschungsteam Costa Rica und will dort den Traum vom Titel am Leben erhalten. zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020